Hallo meine lieben Leute, wir machen ein ganz kurzes Update von unserem Garten. Wir wollen euch einfach schnell zeigen, wie es jetzt aussieht. Komm mal mit, ich zeige euch, was so gegangen ist in unserem Garten. Hochbeet, immer noch da. Wir haben eine Zugetti. Ich hätte es niemals gedacht. Wir haben es schon gedacht, dass es kommt, aber es ist wirklich sehr viel gewachsen. Und was eben auch noch war, Maria hat sehr viel reingestopft und es ist einfach viel zu viel gewachsen. Wir mussten noch ein zweites machen. Und da kommen sogar Tomaten, aber man sieht, dass es am Ameisen schon am Auffressen ist. Und wenn man von weitem schaut, sieht das jetzt so aus. Oh, wir hätten vorher nicht mehr aufräumen vorher hier. Oh, ja stimmt. Ja, da haben wir noch mehr. Aber wir haben noch unsere Döpfchen gefüllt, wo es einfach keinen Platz mehr gab. Auf dem Hochbeet ist alles so hoch. Wirklich mega gewachsen. Und wir haben noch eine Zwei-Zuppe. Eine Zwei-Zuppe. Genau so sieht es aus, wenn man chillt. Genau so. Also, wir chillen es jetzt. Tschüss zusammen. Ciao, bye bye.